Ja, als Nachtisch gibt es noch ein bisschen Trockenfutter. Hat sie auch Spaß dran, unsere Frosse. Aber ihr seht auch, sie ist natürlich noch sehr verängstigt mit eingezogener Rute. Aber es wird langsam. Tag zu Tag wird es besser und ich bin zuversichtlich, dass ich sie vielleicht in zwei Wochen schon mal streicheln kann.